Wo ist die Toilette? Wie geht es dir? Mir geht es gut. Wie geht es dir? Wo kommst du her? Deine Art zu reden klingt britisch. Wo kommst du her? Wie alt bist du? Du musst 21 sein, um hier reinzukommen. Wie alt bist du? Wie ist dein Name? Mein Name ist Peter. Wie ist dein Name? What's your phone number? Wie lautet deine Telefonnummer? Ich würde dich gerne anrufen. Wie lautet deine Telefonnummer? What did you say? Was hast du gesagt? When is your birthday? Wann ist dein Geburtstag? Where do you work? Wo arbeitest du? Where do you live? Wo lebst du? What's this? Was ist das? How long have you been studying German? Wie lange lernst du schon Deutsch? Where did you learn German? Wo hast du Deutsch gelernt? Yo long have you been studying German. dass du Deutsch bist